anknüpfend an die vorvorletzte folge heiße ich euch auch in dieser folge herzlich willkommen bei einer neuen bei diesem schönen spiel clash of clans und der kleinen krise die ich gerade kriege also ich bin mal wieder so ein bisschen wie soll man sagen in der zwickmühle nicht aber ich bin mal wieder mit mir am hadern was mache ich eigentlich was mache ich hier eigentlich ich meine ich spiele clash of clans ich spiele hier klarkkrieger ich level mein dorf und ich muss noch fünf level immer noch den king machen hier ihr seht 65 ein hammer habe ich aber ich habe jetzt auch schon ein buch das habt ihr ja vorgestern mitbekommen denn für die paar helden hier zu machen habe ich das bekommen zwei bücher bekomme ich hier noch aus dem pass also einmal hier das ganz ganz am ende und einmal das ganz 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 von vorne das wären dann drei bücher ich könnte noch eins kaufen hier beim händler ich kann noch eins kaufen beim händler wenn ich jetzt das andere buch eben weg mache ich weiß echt nicht ob ich das machen soll ich weiß echt nicht ob ich das machen soll oder ob ich mir das spare und den und die 500 gems leor in was anderes investiere als in den king der dann ja 70 ist also wenn der king wenn mein king 70 ist bin ich eigentlich auch mal wieder dauer ck patient hier bin ich jetzt sowieso die ganze zeit weil ich ja die bücher habe und ich muss halt immer nur das dunkle farm aber ihr seht ja auch schon oben 3093 pokale nur noch ich bin so ein bisschen in die kobold liga gerutscht obwohl ich immer noch ganz gute truppen am start habe ich habe immer noch meine truppen mit denen ich so ein bisschen a spende und ein bisschen ck übe so will ich mal sage so so ein bisschen ck übe und hier nicht nachbauen naja super und deswegen weiß ich nicht da bin ich mal wieder so ein bisschen im zwiespalt was ich hier mache also es gibt hier das ist immer kleiner konflikt bei mir gebe ich jetzt die 500 gems aus ihr wisst ich bin der geizknochen vom herrn oder aber sage ich mir ich mache den king nehme das buch und dann gucken wir mal wie viele tage wir zeit haben elf tage haben wir allerdings zeit um uns zweimal dann den king reinzuballern denn wir können ja nur ein buch aufbewahren das heißt also dies tecken ja nicht das heißt wenn ich außer ich kaufe sie im shop glücklicherweise sind die pakete hier weg es ist es fällt mir echt echt mal schwer das fällt mir schwer aber ich denke mal in zwei stunden wissen was ich gemacht habe ich nehme ich nehme jetzt in jedem fall den den king hier für 200.000 schon mal in die pflicht für 200.000 nehme ich ihn in die pflicht und mache ihn auch fertig so damit habe ich jetzt einen platz in meiner clan castle bzw hier in der clan im townhall im rathaus frei und kann ich habe sogar noch ein unibuch ich habe sogar noch ein unibuch wofür nutze ich das denn oder nutze ich das unibuch unibuch nutzen oder ich kann auch das unibuch für den helden nutzen wenn ich jetzt die beiden bücher nicht nehme kann ich auch das unibuch nutzen book of everything habe ich noch gar nicht gemacht und ich habe auch nicht mehr ganz so viel ganz so viel hier zu machen und ich fahre mir ja nie so viel nach dass ich hier so ein buch nehmen könnte die defensive ist mir jetzt auch nicht so wichtig dass die ganz ganz schnell fertig sein muss aber ich glaube ich kann auch das book of everything nehme ich kann mir die 500 james fahren ich glaube das mache ich auch ich glaube das mache ich auch denn wenn ich den jetzt als nächstes leveln will das können wir eigentlich mal machen oder das können wir eigentlich mal machen denn wir haben hier die dunkle rune drin pass mal auf die haben wir hier noch gar nicht kommande zurück da ist die dunkle rune und wenn ich jetzt kein heldenbuch habe müsste man mir eigentlich anbieten wenn ich die denn nehme dass ich warte mal da use full damit habe ich das ding voll und wenn ich den jetzt mache dann müsste er mir das book of everything anbieten oder um den fertig zu machen macht er auch macht er auch macht er auch dann nehme ich das dann passt das mit den büchern wieder und ich kann mir die 500 gem spenden und ihr braucht jetzt nicht unnötig warten denn jetzt habe ich noch zwei helden bücher die ich in pass bekomme und ein hammer also perfekt da geht es gar nicht perfekt da geht es gar nicht er ist auf 67 hier und braucht noch drei level wunderbar alter geiler scheiß ich freue mich so dass der king dann auch auf 70 ist dann habe ich hier meine helden tut du komplett die durch hat jetzt zwar ein bisschen gedauert aber ich bin ja eher so ein casual spieler der hier jetzt auch nicht so ultra mit diesem account farben 70 angriffe in dieser liga in dieser saison vor allen dingen ist nicht gerade viel und ich will glaube ich die kobold gang wieder auspacken ich glaube ich die kobold gang wieder aus gehe noch ein bisschen runter und da machen wir gleich noch ein angriff konflikte habe ich auch immer wieder aber ich weiß nicht ob das so cool ist mit der kobold gang bzw ob ich mal wieder so ein bisschen kobold benutzen sollte hier im ratus 13 bereich könnt ihr mir gerne mal in die commis schreiben ob das cool für euch ist wenn wir mal wieder ein paar grüne totes hier laufen lassen oder auch weil ich mal immer so ein bisschen üben ich meine ich kann das ja auch zwei spaltig machen das heißt also ich kann natürlich üben und ich kann aber auch glaube ich ganz gut mit den kobolden viele viele bases hier machen habe ich jetzt gesehen ich habe unheimlich viel geskippt jetzt gerade denn je tiefer man natürlich in die region kommt desto einfacher sage ich jetzt mal für mich werden die gegner also die bases sind nicht mehr so gut aber der loot ist auch nicht mehr so gut diesen hier habe ich jetzt schon so gute viertel stunde suchen müssen und ich wollte gerade sagen jetzt muss ich mir jetzt zwei kobolde könnten helfen da reinzukommen und die laufen sogar durch okay die laufen sogar durch alles klar und aber ist eine abgefarmte base hier ist natürlich leichtes spiel mit roger rabbit beziehungsweise mit mir dem torsten und wir gucken mal das was das war das hier noch ganz gut machen aber es wird auch absolut nicht einfacher wie auch immer jetzt muss ich da aber gleich schon glaube ich mal so ein paar helden giften oder an der 27er knie da muss ich noch nichts giften das rathaus schießt jetzt auch so ein bisschen ist noch ein 1er rathaus okay tut auch nicht so der king könnte schon ein bisschen mehr wehtun der king kann da schon etwas mehr wehtun und kaserne oder nicht kaserne aber wir nehmen die kaserne mal mit wir nehmen die kaserne mal mit und nehmen wir auch die queen jetzt einmal in die pflicht gift auf die ascha ich hätte die die championatin auch noch machen können okay dann machen wir das mal so ich habe ich habe zwei von den dietis dabei das liegt immer daran dass ich ab und zu auch mal spender truppen dabei habe okay ging raus sie ganz gut aussieht fast gesagt das machen wir eben mal mit den helden und mit so ein paar truppen das ist echt mal super einfach aber wir nehmen wir nehmen wir alles mit rein ist es ja auch nicht alles so einfach werdet ihr vielleicht sehen wie es erscheint so jetzt nehmen wir die die schweinis mit rein einmal unseren worten und wir nehmen von da glaube ich mal unsere royale championnatin alter ist das nur verkehr gottes will er war arm und brauchte den lot der war glaube ich ganz in ordnung ich bin ja jeden fall am trocken und wird jetzt auch wieder die und wird jetzt irgendwann auch wieder die kobold für euch machen aber das war jetzt schon ein bisschen heavy ich baue die trotzdem mal eben nach der hier und der hier da rein und dafür nehme ich hier eigentlich zwei weniger oder 12221 ja das passt noch ganz gut und dann nehmen wir dann noch ein hobby mit dabei die kriege ich die kriege ich noch mal nach und so aber hier noch ein bisschen was geschafft mit den 10 mille kriegen wir jetzt nicht ganz irgendetwas hin glaube ich mal oder doch wir kriegen eine riesenbombe wir kriegen eine riesenbombe gemacht die machen wir auch wir kriegen eine riesenbombe gemacht und wir bekommen immerhin eine mauer da muss ja auch noch ein paar nüppeln ein bauarbeiter da ich glaube ich so was wir machen wir machen wir noch eine mauer mit 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 gold da kann ich ein bisschen reinfahren also ich werde in jedem fall ein bisschen droppen hier und mal gucken und ich hatte ja gesagt es wird nicht einfacher hier denn im nächsten klangkrieg haben wir einen heftigen gegner vor uns odisha avengers also wir spielen eine schöne große klage das freut mich unheimlich ein 30er das ist schon der zweite 30er den wir hintereinander spielen und unser gegner clan ist aber auch heftig champion league 1 clash clan rush gdc ldc full h dv 13 legende ok also wahrscheinlich alles legendenspieler clan 2 gibt es auch noch das ist ein kollektiv discord haben sie auch und ziemlich heavy auch die wars one also 575 da können wir noch nicht ganz so hinter mit dem win streak von zwei wir haben im momenten win streak von einzeln wir haben in den vorletzten klang gewonnen aber ich glaube wir brauchen hier uns hier nicht verstecken das kann ich euch auch zeigen denn wir haben den letzten wieder gewonnen mit 65 61 ist echt total 15 drei sterner im 25er ck gegen elf also der gegner war auch nicht schlecht der gegner war auch nicht schlecht und aber teilweise ganz ganz krasse sachen was ich hier wieder was ich hier abgespielt haben dass das nur mal ein beispiel hier also nicht nur jeti smash oder pecker smash oder hybrid gibt es noch als taktiken sondern es gibt auch noch andere taktiken wie ihr hier seht mit hox das heißt also nein nicht ganz sui hox sondern eher etwas mit blimp okay also erst mal den inferno hier weggemacht klaren book rausgelockt und dann king und queen ganz genüsslich hier reingesetzt und den rest müssen dann die hox regeln denn viel mehr hat er jetzt nicht ein paar magier noch und zwei ballons ich habe den angriff noch nicht gesehen deswegen bin ich einfach mal so ganz ganz spontan reingegangen aber so habt ihr mal so ein bisschen auch empfehlen was hier so bei uns bei den spätzes geht ich habe so für mich in ordnung angegriffen ich habe zwar zwei sterne gemacht einmal fresh und einmal zwei sterne halt ich muss einfach mal ein bisschen angreifen aber manchmal ist bei mir auch die zeit so dass ich hier dann fallen meine schwachen zwei ständer nicht so aufweist wenn du fresh schnitt machst dann hast du erst mal zwei gemacht so ganz ganz früh und dann fällt das nicht so auf als wenn du nur zwei mass am ende aber ich konnte echt noch eine stunde 30 glaube ich vorm ende ein fresh hit hier auf eine base machen beim vorletzten gegner also jetzt beim gegner den ich da nicht lesen kann wo der mohr halt drin steckt da vom gegner und war natürlich ganz cool denn ich level hier mit den stern beziehungsweise ich komme hier ck sterne mäßig sonst auch nie zugange wenn ich wenn ich immer so lange warte aber es ist manchmal ja auch so am ersten abend habe ich dann auch nicht so den einfall und man möchte ja mal ein bisschen mehr holen es ist jetzt nicht so dass ich so ein bisschen hinterher hinke sondern ich bin so ein bisschen mit range und kann und könnte sicherlich mit mit ein bisschen planung auch ein kleines bisschen mehr machen gar keine frage wenn man sich damit anderen abspricht aber so war das ganze so war das in ordnung für mich und ich hoffe die folge war vor allen ging in ordnung für euch also der kleine konflikt wir haben ihn irgendwie gelöst zwischen den universal buch und dem kaufbuch ich habe 500 gems gespart das ist eigentlich das beste an dieser folge so könnt ihr es machen also wenn ihr noch so ein unibuch irgendwo rumliegen habt ich habe das auch ein bisschen verkannt das nutze ich halt nicht für eine defense wo ich dann sowieso kein gold habe um das nächste zu machen sondern ich nutze das ist dann eher für den helden hätte ich ja schon mal lange nutzen können fiel mir jetzt die tage erst auf dass ich das ding noch habe und deswegen war mir das auch so wichtig dass das was sie hinbekommen haben also drei level noch für den king das ist auch noch ganz schön an 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 dunklen das sind noch mal 216.000 ich nehme mal an 220.000 dann auf 68 auf 69 und dann nehmen wir dann immer hammer dann haben wir alle helden hier max und dann seht ihr nur noch die allerbesten rathaus 13 angriffe von mir und dem clan wo ich dauergast bin ihr braucht nie fragen ob ich hier ob ihr hier in den klaren könnt ja ihr könnt ihr meinen klaren müssen nur die klaren beschreibung lesen und sehen welches rathaus ihr seid da könnt ihr mal rein aber das ist nicht mein clan ich bin hier dauergast und das freut mich auch dass ich hier nach wie vor bin ich gehe auch echt mal sehr selten raus aber da komme ich die tage aber in einer anderen folge zu warum das eigentlich so ist und ich würde sagen dann sehen wir uns in den nächsten videos am freitag samstag sonntag ich muss mal schauen wie ich so zum aufnehmen komme im moment bin ich ja ganz ganz heftig dabei ja auch mal was mal wieder mit meinen kleinen zu machen seht ihr dann aber lasst euch überraschen bis dahin vielen dank bei tuto ja 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 ja